Die Klima- und Energiepolitik. Es ist genau eine Woche her, da konnte Angela Merkel in Elmau auf dem G7-Gipfel ihren Ruf als Klimakanzlerin eindrucksvoll vor spektakulärer Kulisse und internationalem Publikum bekräftigen. Doch zu Hause ist die Bilanz nicht so glänzend, die Energiewende stockt. Gegen die Klimaabgabe für Kohlekraftwerke läuft die Kanzlerinnenpartei CDU-Sturm, aber auch Gewerkschaften und SPD-Länder. Der Stromtrassenbau für erneuerbare Energien wird hartnäckig von CSU-Chef Seehofer blockiert. Gegenwind aus allen Richtungen, vor allem für einen Wirtschaftsminister Gabriel Marion von Haaren. Die Traumfabrik von Elmau. Kanzlerin Merkel verspricht eine bessere, eine sauberere Welt. Eine Welt ohne Kohle, Öl und Gas. Eine Welt ohne weitere Klimasorgen. Wir wissen, dass wir dafür tiefe Einschnitte bei weltweiten Treibhausgasemissionen brauchen und haben uns deshalb dazu bekannt, dass wir im Laufe dieses Jahrhunderts eine Dekarbonisierung der Weltwirtschaft brauchen. Doch in Merkels Klimaversprechen ist der Blitz geschlagen. Die Energiewende hat einen Kurzschluss. Dienstag blitzte Wirtschaftsminister Gabriel bei Kanzlerin Merkel mit seiner Kohleabgabe ab. Unser Vorschlag läuft darauf hinaus, dass alte, ineffizielle Braunkohlekraftwerke nicht etwa abgeschaltet, sondern weniger laufen sollen. Und dafür zum Beispiel moderne Steinkohlekraftwerke länger. Donnerstag formierte sich ein breites Bündnis aus betroffenen Gewerkschaftern und Stromerzeugern gegen Gabriels Plan. Ich glaube, die Klimaabgabe, das ist Stand auch der Beratung, ist kein geeignetes Mittel, um diese Klimaziele zu erreichen ohne Strukturbrüche. Wir haben andere Vorschläge gemacht, die sind nicht teurer, sie sind aber besser. Das bezweifeln Klimaschützer. Sie fürchten, ohne Kohleabgabe werde der Rückbau der klimaschädlichen Braunkohle nur hinausgeschoben. Für veraltete Arbeitsplätze und Stromgewinne. Das ist eine Katastrophe für den Klimaschutz in ganz Deutschland und letzten Endes ein verheerendes Zeichen in die Welt. Weil ohne die Kohleabgabe, ohne eine deutliche Reduzierung der Kohlekraft, ohne einen Ausstieg aus den vollkommen veralteten Braunkohlekraftwerken, werden wir die Energiewende und den Klimaschutz nicht umsetzen können. Atomkraftwerke werden abgeschaltet. Kohlekraftwerke müssen mehr Strom liefern. Aber müssen es unbedingt Braunkohlekraftwerke sein, die mit dem höchsten CO2-Ausstoß? Die Opposition wettert, wirft Angela Merkel Wortbruch vor. Sie agiert gegen den Klimaschutz, indem sie bei der Kohleabgabe bremst. Sie sorgt dafür, dass sie nicht zügig kommt, dass endlich die alten Kohlekraftwerke abgeschaltet werden und wir in die erneuerbaren Energien entschlossener gehen. Weiteres Unheil droht der versprochenen Energiewende aus Bayern. Der Ökostrom aus dem Norden, der Atomstrom ersetzen wird, soll an Bayerns Grenzen einen Umweg machen. Bürger fürchten sich vor sogenannten Monstertrassen. Und Ministerpräsident Seehofer setzt sich mal wieder an die Spitze des Protests und damit gegen Merkel. Der leuchtende Traum von einer besseren Welt, wie er beim G7-Gipfel in Elmau aufschien, er ist diese Woche in Berlin vorerst zerplatzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017